Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Escape Pist 2, heute wieder auf einem Zeitlevel und dann sehen wir uns auch gleich nach dem Gefängnis Intro. Untertitelung des ZDF, 2020 So, willkommen zurück und wir rennen auch hier gleich mal weg und schauen was hier unten drin ist und hier haben wir nichts besonderes drin. Und schnell weg. So, nächstes Pult durchsuchen. Und auch nichts besonderes. Die Wache da oben, kommt hier nach unten. Nein. Schnell, schnell. Und was wollen wir denn um hier mit dem Jetski zu entkommen? Einen Schlauch. Okay. Dann suchen wir mal einen Schlauch. Nein. Und hier einen Schlauch. Nein. Und wir wurden entdeckt. Kommt dann nach hier oben. Dies aussieht nicht, aber da kommt eine andere Wache. Da gehen wir lieber mal in Sicherheit. Perfekt. Gucken wir uns hier oben um. Gucken. Oh, Gott sei Dank. Jawohl. Einen Schlauch. Ah, er dreht sich so direkt rum. So, muss ich mal hier ein bisschen zu verstecken, dass er uns nicht direkt sieht. Okay. Er geht dann hier vorbei und jetzt schnell. Schnell. Und runter. Und den Schlauch einsetzen. Einen Bolzen. Den haben wir doch hier hinten. Drinnen. Bolzen. Jetzt müssen wir gucken, ob er nach da unten geht oder durchläuft. So, schnell. Und das Jet-Ski ist repariert und dann flüchten wir auch mal direkt. Ihr könnt jetzt auch gleich oben abstimmen, welches Spiel wir mal anspielen. Zu Kipparts. Schönes Level. Aber ich glaube, wir suchen nochmal einen Ausbruch. Und sehen uns dann gleich wieder im Spiel. So, ich habe einfach nochmal geladen. Und gucken uns um. Wie wir hier einen zweiten Weg sehen. Und ich hatte auch schon gesehen, dass hier was vorm Gelände fehlt. Und dafür versuchen wir mal gucken, was wir da machen können. Schnell. Wir brauchen ein professorisches Atemgerät. Okay. Ein bisschen heiß, ne? So. Wir nehmen die Kiste durch. Im Moment. Im Moment. So. Ich soll vielleicht erst einmal gucken, was wir brauchen. kursorisches atemgerät ach dann ist sauerstoffflasche schlau und schlauch haben wir ja schon perfekt dann holen wir uns hier waren die sauerstoffflasche hier war keine sauerstoffflasche dann gucken wir mal hier unten das war jetzt mal knapp sauerstoffflasche war hier eine drin auch keiner krankenstation da muss alles bestimmt drin sein hallo nein ich bleibe ganz voll ja danke auch keine sauerstoffflasche aber eine brechstange heutige medizin aber auch so nach hier unten hier hinten hier eine sauerstoffflasche nein aber eine zahnbürste sehr schön ich will mir viel mit anfangen schleichen uns da gleich an so schnell mal gucken sauerstoffflasche nein gucken wir können wir noch gucken äh ah böse nein jetzt rennen wir einfach mal in den schnellen Kreis so so und versteckt das funktioniert ziemlich gut fehlt aber immer noch die sauerstoffflasche wie die sein könnte keine ahnung ich habe aber eine vermutung wo es die sein dann können wir das einfach ganz viel dann folgen wir dem hier mal ganz kurz ja wenn wieder ist hier unten nein da wollte ich zu viel ja ja und hier unten wieder rein so ja geh weiter das ist für mich nicht so schlecht ja da bin ich entlang so jawohl jetzt gucken wir hier unten so und lauf nach hier unten gucken wir in das Pult nein 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 so so ja da hier rein gut, sie sieht mich nicht jawohl, jetzt weg rennen so, nach oben gucken wir in das Pult und Holz ok so kann ich mich durch die Bücher sehen so bitte oh, Gott sei Dank hat sie mich nicht gesehen und das war mal wieder knapp so ey, komm nee, geh mal bitte weiter komm schon, wache, geh weiter ich bin hier nicht ja, ok, geh weiter komm jetzt rennen gucken wir uns mal hier oben mit dem Pult um das war knapp so, Sauerstoffflasche ahoi so dann einmal craften warte, ist die eine Wache da weg boah, das war jetzt aber knapp ja, geh bitte nein ja, jetzt geh drüber ja so perfekt so ja überhaupt nicht auffällig überhaupt nicht auffällig ja, gibts noch ein Stück weiter ja, gibts noch ein Stück weiter perfekt jetzt können wir nämlich hier rein jetzt muss ich nur noch mal da weglaufen jetzt muss ich nur noch mal da weglaufen so dann sind wir hier vorbei laufend außen rum ja gehen hoch ja perfekt danke und jetzt spring ja 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 hat das Schiff nicht ne Schiffsschraube da hat er nochmal Glück gehabt und wir sind ausgebrochen jawohl und somit zeig ich mal, was das für ein Part prison nein der escape ist 2 und ich hoffe ihr lasst ein Abo da aktiviert die Glocke um immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben bis dann ciao